Lasst uns doch zusammenspielen! Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und das ist mein Twitch-Kanal, Twitch spielt RPG Maker, beziehungsweise unser Twitch-Kanal, weil wir gemeinsam spielen werden. Und in diesem Video möchte ich euch erläutern, was Twitch spielt RPG Maker überhaupt ist und ich möchte euch noch ein Update zeigen, welches dann dementsprechend am Sonntag um 15 Uhr live gehen wird und wo ich hoffe, dass ihr alle dabei sein werdet. Dort läuft dann nämlich der zweite Beta-Test. Und was machen wir da? Wir werden auf jeden Fall Castaway spielen. Castaway the Odyssey von Zoloigi Player. Und wie machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze über Chat-Eingaben. Ich gehe mal kurz an mein Telefon und kann darüber jetzt im Chat einfach das Spiel steuern, was auf meinem Computer läuft. Und ihr könnt das dann von überall, könnt ihr alle das Spiel steuern. Und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich gebe jetzt zum Beispiel ein Left, dann wird er nach links laufen. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt funktioniert. Und es funktioniert. Okay. Dann geht das auch mit deutschen Begriffen. Links. Okay. Wie ihr seht, steht jetzt hier im Chat einmal Left und einmal Links. Und man kann auch jetzt Up und Enter. Dann spreche ich mal kurz die Tür an. Und dann, die Tür ist jetzt offen. Ah ja, wir hatten den Schlüssel gefunden. Genau. Enter. Und wenn ich jetzt nochmal Enter eingebe, muss ich das etwas anders schreiben, weil Twitch mir sonst sagt, dass ich spamme. Weil ich zweimal exakt dieselbe Nachricht innerhalb von 30 Sekunden schicke. Und das lässt Twitch nicht zu. Deswegen muss ich die Groß-Kleinschreibung zum Beispiel ändern. In dem Fall habe ich das E groß geschrieben. Und jetzt kann ich es nochmal anders schreiben. Oder ich schreibe es jetzt so, wie ich es beim ersten Mal geschrieben habe. Einfach normal wieder komplett klein. Alles klar. Nur zur Info. Also immer einfach ein bisschen die Groß-Kleinschreibung ändern. Oder einen Buchstaben hinten ranhängen. Ihr könntet auch einen anderen Buchstaben hinten ranhängen. Jetzt zum Beispiel rechts U. Und dann geht das genauso. Also wenn man einfach einen Buchstaben hinten ranhängt, dann funktioniert das auch vollkommen. Dann erkennt er das auch als rechts. Gut. Das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich gut, wie ihr seht. Mit Escape kann man das Menü öffnen. Und da seht ihr dann auch schon die erste Änderung. Ich habe nicht mehr die Option beenden drinnen. Und das verdanken wir TheLuigiPlayer. Er hat nämlich für den Stream auf Twitch spielt RPG Maker extra eine Konfiguration ins Spiel implementiert, in der es die Funktion beenden nicht gibt. Weil es nämlich, wie ich feststellen musste, tatsächlich Spieler gibt, die das Spiel beenden wollen. Und in der ersten Beta auch geschafft hatten. Nach vielen Fehlversuchen, muss man ehrlich zugeben. Er hatte das sehr oft probiert, das Spiel zu beenden. Aber irgendwann hat es dann doch geklappt. War auf jeden Fall sehr lustig, das Ganze. Könnt ihr euch auch in den Clips mal angucken, falls ihr wollt. Da ist die Szene drinnen, wo das Spiel beendet wird. Aber egal. So, nun möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das Ganze dann aussieht im Stream. Weil da wird das Ganze ein bisschen für euch etwas anders aussehen. Und da seht ihr dann nochmal ein paar Updates. So. Alles klar. So sieht das Ganze dann quasi im Stream für euch aus. Da habt ihr rechts oben den Twitch-Kanal. Twitch spielt RPG Maker plus Logo. Und darunter sind dann die gültigen Befehle in rot geschrieben. Darunter ist dann die Spielzeit in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden. Und darunter sind dann die Inputs. Wir werden niemals, niemals, niemals nie so viele Inputs machen. Aber das Textfeld war so groß, also habe ich einfach so viele Nullen hinten geschrieben. Spielt keine Rolle. Wir sind jetzt bei 8. Ich habe jetzt hier 8 Inputs. Wir können mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stimmt. Alles klar. Und wenn ich jetzt noch 9. Input mache, wird das auch natürlich gezählt. Ich werde jetzt mal das Menü wieder zumachen über Escape. Es ist natürlich etwas anders schreiben, aber das seht ihr jetzt nicht. Wieso funktioniert das Ganze jetzt nicht? Das ist eine gute Frage. Ach, ich habe mich vertippt. Ha, lustig. Ich habe mich gerade vertippt. Ich habe ECS geschrieben statt ESC. Okay. Okay, ich habe mich vertippt. Ich habe mich gerade gewundert. Ich hatte einen Buchstabendreher drin. Ähm. So. Ähm. Dann noch die nächste Änderung. Ähm. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Die Pfeiltasten werden jetzt auch als Pfeile dargestellt. Im quasi Chatverlauf in Anführungszeichen. Wenn ich etwas anderes in den Chat schreibe, wird das hier nicht angezeigt. Ähm. Kann ich euch nachher auch nochmal demonstrieren. Aber das werdet ihr dann auch live am Sonntag um 15 Uhr auf Twitch sehen. Hier werden wirklich nur die erkannten Eingaben angezeigt auf der rechten Seite. Und nicht ähm. Ähm. Der komplette Chatverlauf. Also wirklich nur das Erkannte. Gut. Ich denke mal das sollte eigentlich soweit verstanden sein. Das ganze Spiel funktioniert halt eigentlich ganz gut. Und ich kann wirklich gut spielen. Das Ganze. Und es ja funktioniert. Ich hoffe ihr habt dann Spaß mit mir zusammen am Sonntag eine Runde zu spielen. Meldet euch bei Twitch an. Falls ihr es noch nicht getan habt. Registriert euch einfach. Ähm. Das ist nicht kompliziert. Und tut auch nicht weh. Und. Naja. Wenn wir ein bisschen Spaß haben. Dann hat es sich doch auf jeden Fall auch gelohnt. Sich bei Twitch anzumelden. Naja. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Und. Tschüssi. Bis. Sonntag um 15 Uhr auf Twitch. Wir werden sagen wir mal das erste Kapitel versuchen zu beenden. Ähm. Das muss ich jetzt noch sagen. Genau. Wie lange der Stream geht. Wir werden versuchen das erste Kapitel zu beenden. Ich gebe uns dafür sagen wir 5 Stunden Zeit. Das ist. Das klingt jetzt erstmal viel. Aber ihr werdet merken. Vielleicht schaffen wir es nicht mal. Also von 15 bis 20 Uhr würde ich sagen würde ich streamen. Und versuchen mit euch das erste Kapitel zu beenden. Ich habe. Im normalen. Let's Play. Eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das ist also mehr als doppelt so viel. Fast dreimal so viel Zeit. Im Grunde. Und ich würde es. Eventuell. Wenn wir wirklich fast vorm Ende des ersten Kapitels sind. Würde ich es vielleicht sogar noch verlängern den ganzen Stream. Um. Um. Vielleicht eine Stunde oder halbe Stunde. Mal gucken. Also 20, 30 oder 21 Uhr. Wenn ihr also 15 Uhr noch nicht Zeit habt. Aus irgendwelchen Gründen. Sondern erstens. Keine Ahnung. 18 Uhr. Ist das auch kein Problem. Dann schaltet 18 Uhr ein. Auf Twitch. Kein Thema. Da habt ihr immer noch mehr als genug Zeit. Zum Spielen. Und es mal auszuprobieren. Gut. Morgen. Nicht vergessen. Ähm. Hier auf YouTube. Mein Let's Play. Von. Kalastelios Spiel. Um. 21 Uhr. Ich. Hoffe. Ihr seid. Da dabei. Und. Wenn nicht. Dann. Bin ich traurig. Ja. Ganz dolle. Also kommt bitte. Okay. Bitte. 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 Bitte.